Stellen Sie effektive Anträge wie am Fließband. Beamte fürchten ihn. Die Bediensten in Ämtern ebenso. Polizisten hassen ihn ebenso wie Richter und andere Staatsdiener. Den Antrag. Denn so ein Antrag von einem Bürger gestellt, verschafft den Beamten immer eins. Arbeit. Mehr Arbeit als ihm lieb ist. Denn nach einem höchstrichterlichen Urteil, nach wie vorgültiges Urteil des Bundesfinanzgerichtshofes aus dem Jahre 1954, müssen Beamte einen korrekt gestellten Antrag bearbeiten, ob sie wollen oder nicht. So ein Antrag ist gewissermaßen der Nasenring, an dem Sie jeden Staatsdiener durch die Zirkusarena ziehen können. Deswegen hassen Beamte ihn so. Damit wird ein Antrag zu ihrer wirkungsvollen Waffe, wenn Sie sich als Bürgerin oder Bürger gegen fehlerhafte Bescheide, unverschämtes Verhalten und anderen staatlichen Unsinn zur Wehr setzen wollen. Die Sache hat nur einen Haken. So ein Antrag zeigt nur dann Wirkung, wenn er formal korrekt gestellt wird. Dazu muss man zwar kein Rechtsanwalt oder sonst wie ein Jurist sein. Jedoch, es ist schon ein bisschen Arbeit, so einen Antrag auf eine Art und Weise zu formulieren, dass er von den arbeitsscheuen Beamten nicht wegen irgendwelcher Formalien abgelehnt werden kann. Natürlich können Sie Ihren Antrag auch zu Fuß verfassen, also von Hand. Ich selbst habe das jahrelang auch so gemacht. Aber ich habe mir dabei immer gewünscht, dass man diese geniale Waffe namens Antrag bequemer und einfacher und zugleich sicherer scharf machen könnte. Und genau deshalb habe ich das PC-Programm namens Antragsmanager für Sie geschrieben. Dieses App müssen Sie nur auf Ihren Windows-Rechner aufspielen. Und schon nimmt Sie dieses Programm gewissermaßen an die Hand, wenn es darum geht, einen formal korrekten Antrag aufzusetzen. Dieses geniale Programm führt Sie Schritt für Schritt durch den Prozess. Sie können also gar nichts falsch machen oder vergessen. Zusätzlich liefert Ihnen diese Applikation auch noch wertvolle Informationen, die Sie brauchen, um Ihren Antrag hieb- und stichfest begründen zu können. Fazit Ersparen Sie sich den Stress beim Formulieren Ihrer Anträge. Das erledigt jetzt der Antragsmanager für Sie. Einfach und sicher, mit wenigen Mausklicks. Kostenlose Informationen finden Sie auch auf der www.erfolgsonline.de Wir sehen uns. Bleiben Sie stark. Ihr Wolfgang Grademacher